Nachdem ich im letzten Video das große Update zu Paradox Interactive euch geliefert habe, gibt es jetzt noch ein paar Fragen aus der Community, auf die ich näher eingehen will. Wenn du das ganze Analyse-Video verpasst hast, einfach mal oben rechts jetzt klicken, was ich einblende. Ansonsten gerne auch noch mehr Kommentare jetzt unter das Video schreiben, die ich beantworten kann. Fangen wir jetzt auch direkt mit den ersten Fragen an. Wird Paradox Interactive konkurrenzfähig bleiben? Bloodlines kommt bisher nicht gut weg und bei den Sims Games kommen viele Konkurrenten. Also ich hoffe, ich habe das hier in diesem Video schon abgebildet. Meiner Ansicht nach, in meiner Prognose, wird Bloodlines 2 ein Flop. Er wird sich initial ein bisschen verkauft bei 100.000 Kopien. Dazu ist einfach die Fanbase zu groß. Also man kann jetzt hier nicht rechnen mit, kein einziger Mensch wird das Spiel kaufen. Ich glaube, dass es unrealistisch ist, wird sich ein paar hunderttausend Mal verkaufen. Aber dann rechne ich damit, dass es dann sehr schnell und sehr kurzlebig sein wird. Und wir das Ganze schon im nächsten Jahr nicht mehr sehen weiterhin, dass es entwickelt wird. Sims hier ist, also live bei You, wird hier entsprechend die größte Überraschung sein. Auch hier rechne ich eben nicht, dass sich der Titel so massiv durchsetzt und in den nächsten zwei Jahren, wenn er dann eben aus dem Ölexes kommt, noch ein bisschen weitere Entwicklung bekommt und dann sich auch leider nicht etablieren wird können. Zumindest hier in meinem Investment Case. Also ich hoffe, dass das Ganze noch besser sein wird, als ich hier gerechnet habe. Aber für meinen Investment Case und für diese Unterbewertung, auf die ich jetzt auch am Ende gekommen bin, müssen beide nicht irgendwie ein Erfolg werden. Ganz und gar nicht. Also es kann sogar sein, oder besser ausgedrückt, wenn beides ein Erfolg ist, dann ist meine Kursprognose noch viel zu niedrig. Wie wird sich die aktuelle Konsolidierung der Spielebranche und Entlassungen auf Paradox Interactive auswirken? Also hier vielleicht nochmal ein kurzer Kontext. Seit dem Jahr 2020 und die Folgejahre befindet sich in vielen Gaming-Bereichen, also in der Gaming-Branche, in vielen Studios, einiges an Misswirtschaft der letzten Jahre, die so ein bisschen hochgekommen ist, wird jetzt versucht abzubauen. Also wir sehen sehr viele Entlassungen, EA vor allem, beispielsweise in den letzten Tagen, aber wirklich eigentlich überall. Und auch Paradox hat ja auch einiges an Personal gekürzt. Und hier stellt sich die Frage, kann Paradox davon profitieren oder wird es eher leiden? Und ich muss hier sagen, Paradox hat grundsätzlich schon mal die größten Cuts durchgeführt, die man machen müsste. Also Paradox wäre an sich schon durch mit den großen Kürzungen und den großen Entlassungen. Tatsächlich kann sich oder wirkt sich das eher langfristig dann wieder positiv auf die Branche und vor allem hier auch auf Paradox aus, meiner Ansicht nach wie so. Nun zum einen bekommt man auch wieder, ich sag mal, Personal, das vielleicht auch wieder ein bisschen günstiger wird, wo man jetzt hier nicht wieder massiv zahlen muss. Man bekommt, also wie gesagt, einfache Mitarbeiter, die ja in der Spielebranche irgendwann im Jahr 2020 schon ein rares Gut waren in der Hinsicht. Also das ist schon mal sehr positiv. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt durch diese Entlassungen, wird es auch im Gaming-Umfeld immer wieder Personen geben, die dann ein eigenes Studio gründen, die dann irgendwas Eigenes machen. Und da sehe ich eher tendenziell mehr Vorteile als Nachteile für Paradox. Und dann kann man wieder hingehen und sagen, hey, wir sind hier ein toller Publisher, ihr wollt ein eigenes Studio gründen, ihr seid drei, vier, fünf Personen. Den Titel finden wir sehr interessant, was ihr macht. Kommt doch zu uns und wir publishen euch. Also da wird vor allem auch dieser Publishing-Arm, Paradox Arc, meiner Ansicht nach eher profitieren können. Also ich sehe hier eigentlich keine negativen Auswirkungen auf diesen Cashflow, den ich euch hier gezeigt habe und eigentlich die Bewertung, was ich bisher berechnet habe. Paradox bekommt bei Reviews von Journalisten immer negativere Bewertungen aufgrund der DLC-Politik. Denkst du, das wirkt sich auf kurz oder lang auch auf die Kunden aus? Bei Spielen wie Call of Duty ist schon länger ein Downfall der regelmäßigen Spieler zu erkennen, weil Publisher und Entwickler eine zu straffe DLC-Politik fahren. Generell rückt es immer mehr in den Blickwinkel der Journalisten, wenn eigentlich normale Funktionen, wie zum Beispiel Vorgänge City Skylines, enthalten waren und kostenpflichtig als DLC dazukommen. Okay, sehr interessante Frage, sehr spezifisch, auch auf die DLC-Politik. Man muss hier sagen, dass es so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist. Also grundsätzlich ist es für Paradox sehr, sehr schwierig. Titel, die irgendwie zehn Jahre in der Pipeline waren, also zehn Jahre erfolgreich entwickelt wurden und regelmäßig jedes Jahr mit DLCs praktisch ausgestattet wurden, die dann auch ihre Kunden getroffen haben und das Spiel sehr, sehr groß wurde mit sehr vielen Inhalten. Dass dann irgendwie, wenn der Nachfolger kommt, dass dann irgendwie die Erwartung ist, okay, jetzt muss alles, was jetzt irgendwie der Vorgänger hatte, jetzt auch in diesem neuen Spiel haben. Ja, das wird Paradox Interactive wahrscheinlich nie schaffen und es ist schon eine sehr, ja, eine gewisse Gratwanderung. Ich weiß, dass auch Paradox Interactive aufgrund dieser DLC-Politik oftmals an vielen Stellen, man braucht sich ja nur die YouTube-Videos von irgendwelchen Spielen anschauen, wenn Paradox die publisht, dann kommt es gleich irgendwo relativ weit oben so ein Kommentar und in den nächsten fünf Jahren gibt es 100 DLCs. Das ist auf der einen Seite so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen kritikwürdig, auf der anderen Seite, wenn man mal ein bisschen tiefer auf die Kunden so ein bisschen schaut, bei den meisten Kunden ist es tatsächlich so, die haben in der Regel so ein, zwei Titel von Paradox, die sie sehr regelmäßig spielen und die freuen sich eigentlich wirklich tatsächlich immer drauf, wann kommt der nächste DLC, wann kommt der nächste DLC. Ich will weiterhin mein Spiel haben, aber es muss ein bisschen frischer sein, ich brauche mehr Mechaniken und das sehe ich eher sogar als Vorteil. Also ich würde es sehr kritisch finden, wenn Paradox weggeht von der DLC-Politik. Ja, man kann es ein bisschen erweitern mit irgendwelchen Abos, was man beispielsweise probiert, ja, auch die stehen irgendwie jetzt ein bisschen in der Kritik grundsätzlich, aber diese DLC-Politik sehe ich im Moment eher nicht negativ bei Paradox, also eher im Gegenteil. Ich glaube, mehr der Spielerschaft freut sich tatsächlich und das, was ich auch in den Kommentaren immer durchlese, ich habe ja auch so schöne Excel-Listen, wo ich dann, wenn ich irgendwie einen Forumsbeitrag lese, ich mir schnell einen Kommentar mache und dann versuche ich hoch zu skalieren, wie da die Meinung ist, ja, was schreiben die Titel, was schreiben die Personen als Kommentar, macht er einen Kürzel dahinter und dann sehe ich zum Beispiel, wie viele finden es positiv, wie viele finden etwas negativ. Das macht Paradox im Übrigen auch. Stellt mir leider nicht zur Verfügung. Auf jeden Fall, da muss ich auch ein bisschen Recherchearbeit einstecken und was ich hier eben sehe, ist eben ganz viele Personen, im Gegenteil, die freuen sich eben, wenn die DLCs rauskommen. Wichtig ist eben nur, dass diese DLCs auch eine ordentliche Qualität haben, ja. Wenn man jetzt irgendwie 30 Euro verlangt für etwas, das, was man in 10 Minuten mit einer, keine Ahnung, generativen KI hinbekommt, mit ein paar Texten und ein bisschen Bildern, das wird nicht reichen. Also da muss man schon auch weiter investieren, um hier auch den Kunden was zu bieten. Aber hier eher, grundsätzlich sehe ich hier die DLC-Politik eher positiv, auch für mich als Investor, weil es relativ gut prognostizierbar ist. Warum die hohe Dividende und wie ist deine Meinung dazu? Okay, also hier auch vielleicht als Kontext, Paradox Interactive hat ja lange, lange Zeit hier einfach nur eine schwedische Krone ausgeschüttet pro Aktie. Das hat man dann letztes Jahr erhöht auf zwei schwedische Kronen und dieses Jahr auf drei schwedische Kronen. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich es viel, viel besser finde. Also wir fangen erstmal mit der Meinung an. Also ich finde es viel besser, wenn das Unternehmen keine Dividenden ausschüttet und das Ganze reinvestiert in das weitere Wachstum von dem Unternehmen. Wir wissen aber auch, dass das Paradox die letzten Jahre schon gemacht hat und man eher ein bisschen Geld verbrannt hat, weil man in Projekte investiert hat, die so außerhalb des eigenen strategischen Rahmens waren, man eher so ein bisschen Geld in den Sand gesetzt hat. Jetzt geht man eher hin und sagt, okay, wir fokussieren uns auf den Kernbereich und da gucken wir, dass wir eben die besten Projekte uns raussuchen und dort Kapital reinvestieren. Das Problem ist, dass Paradox eben einen so großen Cashflow generiert, operativen Cashflow oder auch hier in den nächsten Jahren ein Free Cashflow, wo man sich fragt, okay, was will ich damit machen? Jetzt hat Paradox schon angefangen, hier irgendwelche kurzfristigen Anleihen damit zu kaufen, aber auch damit sind wir als Aktionäre nicht wirklich, ich sag mal, zufrieden. Wir wollen entweder, dass das Kapital dann ausgeschüttet wird an uns oder dass es eben auch investiert wird in große Titel. Und wenn Paradox im Moment jetzt eben keine großen Investitionsmöglichkeiten findet, dann schüttet es ein bisschen mehr aus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Frederick Wester als größter Aktionär und CEO, dass er einen Fußballverein in Spanien gekauft hat und er dort noch ein bisschen mehr Anteile haben will. Also ihn freut es natürlich auch, wenn da ein bisschen wieder mehr Dividende ausgeschüttet wird. Aber hier auch gleich nochmal zur Klarstellung. Ich habe es lieber so, dass das Unternehmen keine neuen Aktien ausschüttet und dafür dann diesen Free Cash Show, den man ja generiert, dann an alle Aktionäre ausschüttet. Unter anderem auch an den CEO, weil davon habe ich auch was. Als jetzt irgendwelche Unternehmen, und davon gibt es ja da auch sehr, sehr viele auf dem Markt, die gehen dann hin, dann kriegt der CEO Aktienanteile, verkauft die, schmeißt sie auf den Markt, zieht sich so das eigene Kapital raus. Und ich als Aktionär habe davon aber nichts. Also dann lieber eher das, was Paradox macht, dann wird die Dividende erhöht. Und ich weiß, in Schweden ist es jetzt auch leider so, dass Schweden dann ein größerer Teil der Dividende einbehalten wird. Dazu gibt es Möglichkeiten, sich die zurückzuholen. Wenn genug Interesse da ist, werde ich dann vielleicht auch in den nächsten Wochen dazu ein eigenes Video euch so ein bisschen eine kleine Anleitung machen. Wie holt man sich die einbehaltene Quellensteuer praktisch aus Schweden wieder zurück. Aber hier als Meinung, ja, tendenziell würde ich eher wieder geringere Dividenden sehen. Und die sollten eher mehr in vielleicht Übernahmen investieren. Aber man muss auch dazu sagen, Paradox hat hier noch sehr extrem viel Spielraum, die Dividende weiter zu steigern. Die Dividende ist ja hier gerade irgendwo mal ein Drittel vom Free Cash Flow. Und der Free Cash Flow wird ja in den nächsten Jahren deutlich weiter ansteigen. Also theoretisch kann man auch die Dividende die nächsten Jahre immer weiter anheben, ohne dass es jetzt hier die Investitionen und Projekte gefährdet. Das ist jetzt mal meine Meinung dazu. Man hat einfach relativ viel Kapital und sehr hohen Free Cash Flow. Wo siehst du Paradox Ende 24, 25? Wann Kurs planst du Gewinne zu realisieren, wenn Paradox nach aktueller Analyse wie geplant steigt? Also Ende 25 sehe ich ja mein Kursziel weiterhin so bei etwa 400 schwedischen Kronen, habe ich euch ja hier gezeigt. Also praktisch vom aktuellen Bewertungsniveau sollte die Aktie doppelt so hoch stehen. Da sehe ich meiner Ansicht nach die Aktie Ende 25. Wann würde ich die Aktie verkaufen? Das lässt sich so pauschal auf Basis des Kurses immer sehr schwer sagen. Also da müsste die Aktie entweder massiv über meinen Kursziel liegen oder es müsste irgendwas massiv hier am Investment Case scheitern. Das heißt, keine Ahnung, man stellt die gesamte Produktion von Gaming Titeln ein und kümmert sich jetzt nur noch um die Vermarktung und das Sponsoring von Fußballvereinen. Dann würde es meinen Investment Case nicht mehr widerspiegeln, dann würde ich die Aktie verkaufen. Also ich mache nie meine Verkäufe fest an irgendeinem Kursziel beziehungsweise wenn, dann müsste es schon massiv über meinem oder deutlich über meinem Kursziel liegen und das sehe ich jetzt im Moment nicht. Also wir sind ja schon von meinem Kursziel einiges an Strecke weg. Also es gab immer mal wieder Titel, die waren dann irgendwann schon durchaus über meinen Kursziel und dann habe ich gesehen, oh, mein Kursziel ist schon relativ weit weg. Ich sehe eher mehr Downside Potenzial. Das war vor einigen Jahren square. Beispielsweise der Fall, dann verkaufe ich die Aktien schon durchaus. Bei Paradox, ich glaube, ich werde die Aktie nach aktuellem Stand, nach aktuellem Kursniveau noch einige Zeit weiterhin im Depot haben. Und ich kaufe ja auch Aktien nicht, so nach dem Motto, ich trade ja nicht. Also ich kaufe nicht eine Aktie, um dann zu sagen, ich will sie jetzt in einem Jahr verkaufen, sondern ich kaufe eine Aktie, weil ich sie langfristig unterbewertet sehe und wenn diese langfristige Unterbewertung meiner Ansicht nach weiter anbleibt, dann behalte ich die Aktie auch in alle Ewigkeit. So ist es nicht. Ich habe meine halbe Position liquidiert, weil mir Paradox von der Performance her nicht mehr gefällt. Viele andere Aktien steigen in den letzten Monaten signifikant, nur Paradox dümpelt vor sich her. Viel Rendite war da nicht. Was sind die nächsten großen Releases, die für Kurssprünge sorgen könnten? Wie sehen die Spielezahlen von CS2 aus dem Trend aus? Auch hier, hier, City Skylines 2. Der Trend, wie gesagt, man ist mittlerweile von der Spieleranzahl unterhalb von City Skylines 1 gefallen, was halt einfach auch damit zu tun hat, dass das Game einfach nicht performt. Also praktisch performance-technisch das Ganze nicht rund läuft und man jetzt eben auch dadurch bedingt jetzt eher sich auf die Reparatur des Spiels kümmern muss, anstatt neue Inhalte zu bringen. Und eins der größten Katastrophen, das verstehe ich echt nicht, ist, dass man nicht darauf fokussiert war, Modding Support von Anfang an freizuschalten. Das ist eins der Kernelemente gewesen, wieso City Skylines 1 so erfolgreich wurde. Und es hat eigentlich auch Paradox gewusst und es hat auch Colossal Order gewusst. Und trotzdem macht man sowas, also praktisch, dann noch lieber, ganz ehrlich, dann noch lieber hingehen und sagen, keine Ahnung, wie verschieben, oder wenn eine Verschiebung nicht möglich ist, dann labeln wir das Ganze jetzt hier als Early Access, gehen nochmal 10 Euro runter und dann gibt es aber auch nicht diese fette Kritik und ja, hey, die Performance stimmt noch nicht und dann fokussiert man sich so ein bisschen auf beides. Dann versucht man, die Performance hinzubekommen und das Modding relativ schnell voranzubringen. Vor allem so ein Titel wie City Skylines 2 ist Modding extrem wichtig. Aber auch hier muss ich sagen, ich schreibe jetzt City Skylines 2 nicht komplett ab, also nicht 100%. Paradox wird da weiter Zeit reinstecken. Wir werden dieses Jahr eben ein Übergangsjahr sehen und wir haben schon sehr, sehr viele Projekte gesehen, auch in der Vergangenheit, die eben ein bisschen länger brauchen und dann kommt man wieder ins Wachstum rein. Was ich aber hier in meinem Investment Case eben angeschaut habe, ist, dass City Skylines 2 nicht dieses volle Potenzial entfalten wird können, sondern einfach nur irgendwann in den nächsten Jahren City Skylines 1 einfach nur ersetzt vom Umsatz her. Und das sollte meiner Ansicht nach weiterhin möglich sein. Dann ist hier, okay, die Performance gefällt nicht mehr von der Aktie. Das ist richtig, das liegt auch daran, wie gesagt, dass eben die, oder ich versuche mal hier das Ganze mal ein bisschen zusammenzufassen, es gab einfach eben durch diese Ankündigung von City Skylines 2 dann diesen Kursanstieg, der dann einfach zusammengekracht ist, weil jetzt auch einfach festgestellt wird, und das wäre auch deine andere Frage, was sind eben die nächsten Titel? Und wenn man die nächsten Titel anschaut, dann kommt einfach nicht mehr so viel Fantasie raus, ja, dann kommt nicht mehr so viel Fantasie raus, dass man sagt, da kommt jetzt ein Titel, der verkauft sich 10 Millionen Mal. Das wäre vielleicht noch irgendwann bei Bloodline 2 möglich gewesen, wenn man das Ding richtig aufgebaut hätte. Kommt aber auch nicht. Das heißt, wir haben hier Titel, da spielt nicht mehr, aber da kommt nicht mehr diese große Fantasie rein in den Kurs, ja. Und bei Gaming-Aktien ist es dann manchmal so, dass man eben so ein bisschen Fantasie braucht. Ich brauche so ein bisschen so einen Moonshot, ja, dass irgendein Ding, das den Umsatz verdoppelt oder sowas, ja. Wenn es das nicht gibt, dann verkaufen eben viele. Auf der anderen Seite muss man auch eben sehen, das Unternehmen ist wie jedes andere Unternehmen. Wenn es trotzdem den Cashflow sehr stabil über die nächsten Jahre einfach immer weiter steigern wird und die Profitabilität sogar eher zunimmt, dann sehe ich auch hier weiterhin die Aktie unterbewertet. Und dann ist es auch so, ja, dann macht die Aktie jetzt von der Kursbewertung nichts, aber dann ist es genauso wie zum Beispiel SoFi bei mir. Die Aktie ist unterbewertet, passiert lange nichts vom Kurs und irgendwann passiert eine Neubepreisung eventuell, ja, und dann steht der Kurs wieder höher. Und hier sehe ich jetzt eben hier das Kursziel schon hier 40, 50 Prozent höher von dem Rahmen, was wir aktuell heute stehen. Hier vielleicht auch nochmal auf die technischen Gegebenheiten, bin ich jetzt hier auch nicht eingegangen, aber wenn man hier das langfristige Chartbild hat, dann hat man hier auch eine schöne Trendlinie, im Endeffekt, die auch gehalten hat die letzten Jahre. Auf der befinden wir uns auch aktuell, ja. Und dafür haben wir da oben hier den Deckel drauf. Also das Ganze wird sich dann irgendwann zuspitzen und vielleicht kommt dann irgendwann schon der Ausbruch. Aber der muss gar nicht kommen, weil ich ja auch eher auf die Bewertung von der Aktie eingehe. Und wenn ich sage, die Aktie ist unterbewertet, meiner Ansicht nach, dann ist mir der Aktienkurs erst einmal egal. Neue Kager-Schätzung für die nächsten Jahre mit dem Wissen über Skyline 2. Okay, das habe ich ja gemacht. Das heißt, Umsatz um 10% von Jahr zu Jahr, Cashflow um 18%. Freut mich auf das Update. Hast du denn vielleicht Fragen? Ich finde es ganz nützlich, als Aktionär neben den finanziellen und branchenspezifischen Kennzahlen auch Insight in die Spiele an sich und die Community, also den Kunden zu haben. Ja, gerne. Also ihr kennt, was ich natürlich immer mache, ist, ich schaue mir die ganzen Fragen an. Also ich habe, wie gesagt, hier etliche Excel-Listen und manchmal erstelle ich mir neue und dann überfliege ich so extrem schnell, so in einem extrem schnell durchlesen und notiere mir halt einfach, keine Ahnung, von den 200 Kommentaren zu dem Trailer, wie war da die Stimmung, ja. Was wurde negativ gesagt, was wurde positiv gesagt. Kumuliere das Ganze und dann bekomme ich so ein gutes Bild, um auch so ein Gefühl zu bekommen, wo ist Potenzial in einem Trailer, in einem Game, ja. Und wo sehe ich ja Probleme. Und deswegen bin ich auf diese Schätzungen gekommen, zum Beispiel Bloodline 2, dass Bloodline 2 ein Flop wird. Aber hier interessiert mich auch durchaus, ja, einfach grundsätzlich so ein bisschen, wie bist du auch die letzten Jahre, ähm, auch als Nutzer von Paradox Interactive, wie zufrieden bist du jetzt zum Beispiel mit den Produkten, äh, oder welche Produkte nutzt du? Und vor allem auch, was ja oben auch die Frage war, zum Beispiel, wie siehst du das Ganze hier auch als DLC-Politik, ja. Und das würde mich ja auch interessieren, also wenn du jetzt irgendwie Gamer bist, egal, also jetzt nicht nur hier du, nicht nur diese Person, dann grundsätzlich alle mal von euch, ähm, schreib mir gerne das Ganze unten in die Kommentare rein. Mich würde ein Abgleich zu deinem vergangenen Investment Case freuen, soweit ich weiß, hast du eine, beziehungsweise mehrere Excel-Dateien, in denen du zukünftige Entwicklungen prognostiziert hast, welche Spiele kommen, wie hoch sind die Verkaufszahlen und so weiter. Ein Abgleich mit diesen Listen würde mich interessieren. Also ich habe stellenweise, habe ich die Listen dann schon danach aktualisiert, ähm, und ich habe gar nicht mehr die Daten, wie ich sie vor drei Jahren mal habe, also das sollte ich mir vielleicht angewöhnen, dass ich die Daten dann abspeichere. Bei mir ist das so, das ist so fortlaufend und dann aktualisiere ich und dadurch ändert sich. Ich weiß, ich weiß aber, dass mein, ähm, mein Umsatz für 2023 vor drei Jahren, also ich habe ja so eine mehrjährige Prognose getroffen und ich weiß, dass mein Umsatz damals höher lag für 2023 um etwa 30 Prozent zu dem, was wir heute reingekommen sind. Ähm, ja, ich sage mal, keine Vollkatastrophe, nicht zu weit weg, vor allem, weil das Ganze bei mir auch so war. Die Spiele habe ich alle sehr, sehr gut prognostizieren können, meiner Ansicht nach. Also ich habe hier ja, ähm, Age of Wonders 4, könnte ich vor der Ankündigung prognostizieren. Live by You, meine Stammzuschauer wissen es ja, konnte ich vor der, ähm, bevor es angekündigt wurde, prognostizieren. City Skylines 2, also die größten Titel, konnte ich hier durchaus prognostizieren. Foundry, Prison Architect 2, okay, Prison Architect 2 jetzt gedanklich auch, wobei ich das jetzt nicht kommuniziert habe, weil der Titel jetzt an sich nicht so groß ist. Aber die zwei, Foundry und Millennium, die nicht, ähm, weil es auch da jetzt ein bisschen schwieriger war, grundsätzlich, aber ich bin grundsätzlich, von meiner Prognosefähigkeit bin ich eigentlich recht gut zufrieden, was die, was die Titel betrifft, ja, also da ist eigentlich fast alles aufgegangen. Ähm, was nicht aufgegangen ist, ist der Zeitpunkt der, äh, der Titelerscheinungen. Also die sind alle einen Tick später erschienen, ach so, Victoria 3 war zum Beispiel auch sowas, habe ich auch richtig, richtig prognostiziert. Und auch meine Gewinnschätzungen oder Umsatzschätzungen von den Zahlen für Victoria war richtig, ähm, für City Skyline 2 war es so ambitioniert, aber gut, man muss City Skyline 2 sagen, ja, das war einfach ein sehr schlechter Release einfach. Wenn der Release so reingekommen wäre, wäre auch meine Prognose, ähm, wäre meiner Ansicht nach eingetroffen. Die waren jetzt von meiner Prognose 50% unterhalb der Verkaufszahlen. Diese Verkaufszahlen habe ich aber auch, wie gesagt, drei Jahre bevor das Ganze überhaupt zum Release gekommen ist prognostiziert. Also City Skyline 2 50% schwächer, Umsatzzahlen für das Jahr 2023 30% schwächer, äh, aber auch hier liegt es dran, dass zum Beispiel City Skyline 2 Ende des Jahres erschienen ist und ich vor drei Jahren dann Anfang des Jahres gerechnet hatte. Grundsätzlich würde ich sagen, dass es von der Prognosefähigkeit her schon ich relativ gut hingekommen bin und deswegen ich mir auch das Ganze zutraue, für die nächsten Jahre das Ganze hochzurechnen. Wenn ich das richtig einschätze, wird Bloodline 2 eines der wichtigsten Release 2024. Bisher sehen alle Previews unterirdisch aus. Das macht Truss bei den echten Fans von Bloodlines und bietet null Anreiz für neue Spieler. Gibt es da draußen, äh, meiner Ansicht gibt es da draußen so viele Alternativen, die besser aussehen, da Charakterdesign schäbig ist, sieht irgendwie veraltet aus und neue Spieler durch gründlich entwickelte Charaktere in eine fesselnde Story einbinden. Mir ist bewusst, dass sehr subjektive Betrachtung zu diesem neuen Titel ist. Trotzdem scheinen diese Ausnahmen per Paradox die Regel zu werden und das macht mir ernsthafte Sorgen für die langfristige Entwicklung, auch wenn die Fundamentaldaten erstmal noch passen. Ähm, auch hier Bloodlines 2, wie gesagt, sehe ich ähnlich wie du. Ich sehe nicht, dass das Ding ein großer Erfolg wird. Das ist zum Beispiel auch wieder so ein toller Kommentar, wenn ich mir so eine Kommentarliste mache, dann kommt sowas eben auch ganz oft raus. Also Charakterdesign, Grafik und so weiter. Und dann passt es einfach noch nicht. Und hier jetzt auch die Frage, wie sieht es mit der langfristigen Entwicklung aus? Also hier muss ich schon sagen, es war nicht immer alles voll Katastrophe, jetzt auch die letzten Jahre, was rausgekommen ist. Ähm, Bloodline 2 wird sehr schlecht sein. Ähm, CD-Skillline 2 war dieses Jahr schlecht, aber es gab ja auch immer wieder, was wir zum Beispiel auch im DLC-Umfeld sehen, auf was ich zum Beispiel gar nicht eingegangen bin, ist zum Beispiel, dass mein Studio, das ich jetzt die letzten Jahre eher immer kritisch gesehen habe, nämlich Crusader Kings 3, ähm, das Ding ist mit einem Riesenerfolg aus dem Jahr 2020 rausgekommen und dann war das so schlecht, weil wir einfach kaum Content geliefert bekommen haben von einem Game, von einem Produkt, das sehr groß werden könnte. Und das ändert sich ja zum Beispiel dieses Jahr, also 2024, wenn ich mir ja auch die Kommentare anschaue, was bisher das Studio abgeliefert hat, an Content, ähm, dann war das schon sehr stark. Und das hat auch die Spieler durchaus massiv angezogen, ähm, und das sehe ich auch mit dem ganzen Design, wo sie, wo sie hingehen, das Studio entsprechend, Paradox Black, ähm, das ist schon ein sehr vielversprechend. Und deswegen wird auch meiner Ansicht nach hier, 2024, Crusader Kings, einen größeren Umsatz generieren als zum Release Jahr. Ja, das ist auch schon ganz interessant, aber hier wird zum Beispiel, äh, kommt ein Wachstum rein. Oder auch, Hirts of Iron, die letzten Jahre einfach massiv weitergewachsen. Ja, das sind jetzt, und das muss man so ein bisschen berücksichtigen, das sind einfach die Kerntitel, da tut sich Paradox einfach einfacher. Auf der anderen Seite gibt es jetzt hier zum Beispiel ein Millenia, das ist jetzt noch nicht raus, da gab es eine Demo, aber auch hier, ich sag mal, der größte Kritikpunkt war hier einfach die grafische, die, die grafische Darstellung. Auch hier war, es waren sehr viele Design-Elemente, die mega positiv waren. Also, ja, es gibt einfach immer wieder so ein paar Probleme, das, wenn man über den Tellerrand hinausschaut, dann hat aber eigentlich fast jedes nicht in die Studio, ähm, irgendwann solche Probleme, ja, mit diesen, mit diesen Titeln. Also, im Moment sehe ich jetzt noch nicht, ähm, dass jetzt Paradox grundsätzlich komplett, äh, abgeschrieben wird oder grundsätzlich jetzt nicht mehr konkurrenzfähig ist. Es gibt leider halt immer wieder, äh, zu ambitionierte Projekte und es gibt halt auch immer, immer wieder mal, wie zum Beispiel jetzt mit Bloodlines 2 ein Problem, oder jetzt halt auch letztes Jahr mit Cities 2. Wenn das jetzt jedes Jahr passiert, dann komme ich, dann, dann wäre ich der gleichen Meinung, im Moment sehe ich das aber vor allem für den Grand-Strategy-Bereich noch nicht vollumfänglich. Äh, auch bei den Releases, Verkaufszahlen, äh, Free Cashflow, der wird sogar noch stärker steigen. Und was hätte ich anders gemacht? Tja, ähm, es ist immer, ja, ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn ich grundsätzlich alles anders gemacht hätte als der CEO, dann würde ich ja den CEO für eine Vollkatastrophe halten und dann würde ich sagen, dann wäre das ja auch kein Investment für mich. Es gibt aber durchaus ein paar Punkte, wo ich vielleicht ein bisschen anders machen würde. Ähm, beißt du das Beispiel, ich hätte wahrscheinlich, falls ich jetzt als CEO die Entscheidung getroffen hätte, ich hätte gesagt, bei Cities, schon einige Wochen vor Release war das abzusehen, hätte ich ja gesagt, hey Leute, ähm, entweder wir verschieben das jetzt oder weil wir jetzt ein Deal mit Microsoft Game Pass haben und wir können es nicht verschieben, dann hätte ich gesagt, okay, ähm, dann machen wir das als Ill-Access-Spiel. dann verlieren wir vielleicht ein paar Euros an Umsatz, ganz am Anfang, aber dann kommt eben nicht diese massive Frustration in der Fanbase auf und ganz ehrlich, jetzt von den, vom Cashflow her, hätte man das Ganze auch gar nicht releasen müssen, jetzt zu dem Zustand, wie man das Ganze hervorgebracht hat. Auf der anderen Seite, klar, Perspektive ist immer, Paradox arbeitet sehr, sehr viel Jahre an den Games und die finden, also ich traue, City Skyline 2 durchaus dieses Comeback zu, wie du es hier auch geschrieben hast, ähm, dass viele Spiele sowas schwach starten, aber dann ein großes Comeback haben. Das traue ich auch City Skyline 2 zu, ähm, ich hätte vielleicht bei der einen oder anderen Sache ein bisschen anders gehandhabt und was ich jetzt hier vielleicht auch grundsätzlich so ein bisschen aus strategischer Sicht anders gemacht hätte, ein bisschen ist, ich wäre wahrscheinlich ein Tick aggressiver auf dem M&A-Markt aufgetreten. Also ich hätte jetzt diesen Cash, der jetzt hier, ähm, sich weiter ansammelt bei Paradox Interactive, den hätte ich jetzt vor allem, vor allem jetzt und im letzten Jahr, als es wirklich sehr viele Studioschließungen gab, als sehr viel Personal entlassen wurde, als es durchaus den einen oder anderen Deal gab. Ich würde jetzt tatsächlich in dieser Phase ein bisschen aggressiver sein von den M&A-Aktivitäten, also praktisch andere Studios übernehmen oder Gaming-LPs kaufen und so weiter. Das würde ich jetzt vielleicht ein bisschen anders machen. Millennia bekommt ja ziemlich gute Bewertungen, glaubst du, dass das als relativ kleines Spiel richtig was werden kann und ziemlich spekulativ bei Creative Assembly als anderes Grand Strategy Powerhouse, brennt so richtig die Hütte, ähm, auch, äh, CA hat eine sehr, also Creative Assembly hat eine sehr treue Spielerschaft, die, oder Spielerbasis, die große, komplexe und tiefgehende Strategie-Spiele wollen. Denkst du, dass der, äh, dass der Nische ein Markt ist, den Paradox vorstoßen könnte? Definitiv, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass man hier in den Bereich rein kann. Ich glaube, der größte Unterschied hier ist, als, ähm, um in diese Nische vorstoßen zu können, wäre es, dass hier Paradox Interactive, das wird man wahrscheinlich nicht In-House machen. Also da wird man eher kreative Personen außerhalb, jetzt ähnlich wie bei Millennia, äh, finden, die dann so ein kleines Nischenprodukt, jetzt nicht sofort vollumfänglich, ähm, hier Total War angreifen, aber so ein bisschen experimentell und dann mal schauen, wohin das Ganze läuft. Definitiv kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man hier versucht, diesen Bereich hier, ähm, von Creative Assembly mit abzunehmen. Wie du sagst, hier brennt auch die Hütte auch bei denen, also man braucht auch nicht sagen, Paradox ist jetzt immer das Einzige, wo immer alles schlecht läuft, sehe ich anders und hier eben auch bei anderen Studios gibt es auch immer wieder Probleme. Hier ist das auch so, sehe ich auch so, hier könnte Paradox Interactive durchaus was machen, man wollte das Ding ja früher auch mal kaufen, ja, hat halt einfach nicht funktioniert, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man eben selber durch, ähm, ich sag mal, Experimentelle aus dem Paradox Arc Arm zum Beispiel, oder jetzt wie hier bei Millennia, äh, da versucht was aufzubauen, aber hier definitiv stimme ich dir zu, da könnte was passieren, traue ich dem Ganzen zu, ähm, belassen wir es dabei, also im Moment gibt es noch keine Indikation, die dafür spricht, dass jetzt in den nächsten, äh, ein, ein, ein paar Jahren was rauskommt, aber könnte plötzlich passieren. Äh, dann zu Millennia, ja, also Millennia, wie gesagt, was ich auch anfangs gesagt habe, ist, ähm, so ein bisschen, äh, könnte durchaus ein Überraschungserfolg sein, also ich habe es hier mit relativ, sehr konservativen Werten gerechnet, und ich habe auch gesagt, es wird sich nicht etablieren, ähm, aber das ist durchaus ein Überraschungskandidat, also hier ist auch die, ich sag mal, die, 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 das Grunddesign stimmt auch die meisten Spieler, die meisten Zuschauer schon sehr, sehr positiv und wir haben auch im deutschsprachigen Raum einige Personen, die das Spiel sehr positiv sehen, ja, fast schon feiern, das sehe ich auch so, das habe ich auch gesehen, ähm, das heißt, es könnte durchaus vielleicht auch in Deutschland ein, ein gewisser Erfolg sein, international weiß ich nicht, da gab es international, gibt es vor allem die Stimmen, die einfach sagen, grafisch, äh, äh, das sieht halt aus wie, keine Ahnung, ein Spiel vor 10, 15 Jahren, ähm, ja, man muss abwarten, also ich hoffe auch nicht, dass jetzt Paradox so viel Geld reingesteckt hat, wie jetzt bei Lamplight, das liegt, das wäre ja eine Vollkatastrophe, also, an sich habe ich auch gesehen, Lamplight, das liegt, das wird sich nicht so oft verkaufen, aber ich war echt erschrocken, wie viel Geld man dann reingesteckt hat, äh, um das Spiel zu produzieren, was wiederum sagt, USA relativ teuer, und Millennia ist ja ein eher kleinere Studio, grundsätzlich ist aber auch in den USA, dort aber jetzt nicht an der Westküste, ähm, also dort vielleicht doch ein bisschen günstiger, man muss einfach mal schauen, ich habe es mal sehr konservativ berechnet, ich würde es jetzt aber auch nicht ausschließen, also wenn, wenn das Ding wirklich, ähm, klein, sich aber in der Nische etabliert, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, und dann irgendwann, dann eher so der nächste Angriff, in 3, 4 Jahren, ähm, man dann mit der Entwicklung startet, Millenia 2, was dann nochmal, dreimal, viermal so viel Budget bekommt, dann kann man, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man auch hier zum Beispiel, Civilization, ein bisschen größer, äh, den, Strategieplatz, Platzhirsch, so ein bisschen größer, auch in Bedrängnis, bringen, erbringen möchte, oder könnte. Spiele Pipeline mit Zeitraum, und potenziellen Sales, die habe ich auch hier euch geliefert, also hier einmal komprimiert, und wer das Ganze auch auf sehr granularer Ebene sehen will, ja, einfach hier mal kurz auf Pause drücken, und sich das Ganze mal kurz anschauen, ähm, ja, wann Lambo, äh, das wird mit Paradox Interactive und einem Lambo wird schwierig, ähm, ich spiele das lange Spiel, und an Lambos bin ich sowieso nicht interessiert, aber hey, ähm, je nachdem wie viel man investiert hat, kommt vielleicht auch irgendwann der Lambo. Hey JD, stehen demnächst irgendwelche wichtigen Termine bei Paradox an, die den Kurs überdurchschnittlich bewegen könnten, sprich, falls man kaufen, beziehungsweise verkaufen will, dann sollte man das vor dem Termin XY tun, so ein Hinweis wäre mir wichtig, mit dem Termin bei Paradox, kennst du dich doch bestimmt aus, danke und lieben Gruß und schönen Abend noch. Okay, ähm, also das ist jetzt so ein bisschen schwierig, ja, weil es so ein bisschen in die Richtung Trading geht, ähm, Trading, also ich kann so ein bisschen ein Bild machen, was, wie ich jetzt den, äh, wie ich das Ganze einschätze, aber hier erstmal als Warnung vorneweg, ja, das ist jetzt nur mal meine persönliche Meinung, keine, äh, Anlageempfehlung, keine Empfehlung, hier jetzt irgendwelche Trades durchzuführen, wenn ich mir mal den Aktienkursverlauf anschaue, dann stehen wir ja, hier, ähm, grundsätzlich an einem Trendkanal, und jetzt würde ich einfach mal die nächsten Tage hier, äh, abwarten, was passiert mit diesem, also das ist jetzt der Weekly Chart, was hier einfach mit diesem Trendkanal passiert. Wenn wir einen Wochenschluss haben, unterhalb dieses Trendkanals, dann kann ich mir auch, äh, vorstellen, dass die Korrektur hier ein bisschen weiter geht, ja, dann, dann würde das in Bewertungsrahmen vielleicht irgendwann reinlaufen, wo ich wieder sage, hey, ich würde die Aktie kaufen. Auf der anderen Seite muss man jetzt eins sagen, also wir haben ja gesehen, dass ich hier in meiner Kalkulation, ähm, Bloodlines 2, nur sehr, sehr mäßigen Erfolg zuspreche, oder beziehungsweise ich sage, dass das Ding floppt wird. Dieses Projekt hat auch die größten Kosten der letzten Jahre verursacht bei Paradox und das hat auch, wenn man mal auf die Bilanz schaut, dann ist das jetzt, ähm, hier bei diesen 1,4, 1,5 Milliarden schwedischen Kronen, ist, ja, die, mehr als die hellste vermutlich, einfach nur alleine Bloodlines 2. Und das bedeutet, wenn wir, äh, Ende des Jahres, wenn wir uns Ende des Jahres nähern und dort dann, ähm, der Release von Bloodlines 2 sozusagen droht und er eben nicht so erfolgreich wird, dann bedeutet das auch, dass hier Paradox Interactive wieder wahrscheinlich zum letzten Mal, also kurzfristiger Natur, letztes Mal, ähm, Ende des Jahres wieder, äh, hingehen muss und sagt, hey, wir müssen hier wieder abschreiben. Für den Cashflow hat das absolut keine Bedeutung, ne, und in meiner Kalkulation hier habe ich das ja auch schon berücksichtigt, im Endeffekt. Ja, für den Cashflow ist es absolut egal, aber für das Nettoergebnis kann es dann halt wieder sein, dass Paradox sagt, oh, Bloodlines 2 war unter unseren Erwartungen, wir müssen jetzt hier, ähm, Capitalized Development, äh, abschreiben, Sonderabschreibung und dann kann es durchaus, äh, in die Größe, vielleicht sogar noch größer gehen, als dann am Ende Lamplight das Leak gesehen hat. Also je nachdem, ob man eine Teilabschreibung macht oder komplett, ähm, also ein Impairment dann reinhaut, dann kann es schon durchaus sein, dass er hier ordentlich, äh, es scheppert im Nettoertrag. Deswegen, entweder ist der Kurs dann deswegen schon ein bisschen gedrückt, auf der anderen Seite kann es eben dann passieren, dass wir hier, ähm, abprallen, nach oben laufen, dann kommt das Jahresende und dann gibt es einmal einen Schlag, also, okay, das war jetzt, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu heftig, aber dann gibt es hier einen Schlag und dann läuft die Aktie hier irgendwo auf das Level wieder runter. Ähm, ähm, darauf kann man spekulieren, wenn man will, also Jahresende, Bloodline 2 könnte sehr kritisch werden, könnte auch dafür sorgen, dass wir eine größere, größere Abschreibung sehen, aber für mich und für meinen Investment Case hat das absolut keine Bedeutung. Also mir ist absolut wurscht, was Paradox Interactive da abschreibt, ich gehe eher nur auf den Cashflow und für den Cashflow ist das absolut uninteressant, ähm, weil ich ja schon in meinem Umsatz, in meiner Umsatzentwicklung ja schon gesehen habe, dass, äh, dass Bloodline 2 schlechter reinlaufen wird. Deswegen, wenn sowas passiert, würde ich das hier als Kaufzone sehen, würde ich dann auch als Nachkaufgelegenheit nutzen. Auf der anderen Seite große Releases, wir haben dieses Jahr einige, die jetzt in den nächsten Monaten anstehen. Ich würde jetzt nicht drauf spekulieren, also wir haben jetzt immer wieder kleinere Titel, die jetzt hier, äh, reinkommen. Foundry dürfte den Markt nicht groß bewegen, Prison Architect 2, wäre ich überrascht, ja, wenn was Großes passiert. Die größte Überraschung könnte tatsächlich Millennial sein. Da vielleicht mal ein Auge drauf blicken um den, um das Release-Datum herum und je nachdem, wie es sich auf Steam schlägt, wie es auch mit den Verkaufszahlen aussieht, ähm, aber auch das würde wahrscheinlich jetzt nicht so groß den Kurs bewegen. Anders sieht es aus bei Live by You. Auch hier würde ich genauer hinschauen und vor allem bei Bloodlines. Also Richtung Jahresende könnte es durchaus ein paar Termine geben, vor allem mit Bloodlines, wo man schon sagen muss, ähm, wird das was oder nicht. Und hier vielleicht auch nochmal als positiv oder negative Einschätzung, wenn wir jetzt zum Beispiel Richtung Jahresende laufen und dann kommt die Meldung raus, hey, Bloodlines 2 wird auf Microsoft Game Pass kommen, dann ist es positiv, auch für die, für uns als Aktionäre, denn dann gibt es wieder irgendeinen Microsoft-Deal, wo wir dann sagen, das Ding ist Day One, Game Pass, man bekommt ein paar Millionen und, ähm, dann bekommt man hier schon mal ein bisschen mehr Umsatz, weil hier, das sind jetzt nur alleine verkaufte Kopien. Ich habe jetzt hier nicht mit irgendwelchen Game Pass umsetzen, ähm, oder Zuschlägen gerechnet, dann könnte das hier ein bisschen positiver sein und dann könnte es dazu führen, dass wir vielleicht eben nicht dieses große Impairment sehen, ähm, aber das bleibt abzuwarten. Also ich würde nicht darauf spekulieren, aber wenn man darauf spekulieren will, vor allem Richtung Jahresende Bloodlines 2 anschauen, ja, das ist im Moment eher negativ, könnte aber auch, wenn es sehr negativ wird, ähm, zu einem sehr großen Impairment führen, was dann wieder bedeutet, irgendwelche, äh, Aktien-Screener weisen dann irgendwo massive negative, äh, Nettoergebnisse aus, alle, äh, rasten aus, wenn sie die Aktien nicht genau analysiert haben, weil sie sagen, oh, mega schlecht und keine Ahnung, dabei hat es hier für die Cashflow-Entwicklung absolut keine Bedeutung. Das sieht man ja auch in meinem, ähm, in meinem Investment-Case hier. Also das hier vielleicht mal als Antwort auf, äh, deine Frage. Gut, zu Thunderfull habe ich schon was gemacht. Wenn ihr mehr Fragen habt, einfach mal unten unter das Video schreiben und jetzt nochmal ganz wichtig, wenn dir dieses Video gefallen hat, ja, unterstützt mich und meinen Kanal bitte, indem du einfach dem ersten Link unter dem Video folgst, ein Depot eröffnest beim Finanz.Zero Broker und du tust dir damit selber etwas Gutes. Im Laufe der Zeit werde ich vielleicht noch mehr solche Videos machen können. Ich brauche aber auch hier ein bisschen eure Unterstützung und vergesst nicht, hier, äh, schreibt auch einfach mal einen Kommentar, damit ich hier die 500 Euro auch eventuell an dich verteilen kann. Vielen Dank fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.